Ich glaube, ich bin tot. Nein? Okay. Was ist hier los? Wo ist die Tasche mit den Granaten? Da drüben ist jetzt keine Andeutung, also kein... Oh, verdammt. Scharfschütze. Ein Scharfschütze, okay. Ja, Mann! Ich weiß doch nicht, wo du die Granate hingetan hast. Die Tasche mit den Granaten, da drüben. Ist das die? Ah, cool. Okay. Warte. Okay, Deckung. Okay. Wer ist tot? Okay, stopp. Okay. Ach, shit. Scharfschütze. Oh, Mann. Okay. Er hat uns zurückgeholt. Diese Scharfschützen. Ich sehe sie nicht. Ich sehe sie einfach nicht. Okay, lass uns... Ab ins Auto, bitte. Steig ins Auto. Ins Auto, genau. Komm, 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 komm. Steigt alle ein. Oh, mein Gott. Okay. Oh, Mann. Ich... Diese Steuerung. Was war das gerade mit Tabulator Umschaltungser? Wir haben es geschafft. Toll? Was zum Teufel war da drin los? Ich habe doch gesagt, die Gasmaske war so heiß und... Deshalb hast du alle getötet? Hör mal. Mir war heiß. Hab nichts gesehen. Und überall waren Bullen. Ehrlich, die waren wie die Fliegen. Okay. Aber warum hast du die Geiseln getötet? Warum? Was soll das heißen? Sie sind aufgewacht. Wollten nicht stillhalten. Da musste ich was tun. Ja, halt den Mund. Und reiß dich zusammen, hörst du? Immerhin sind wir in Kong. Mit so einer Scheißnummer kommt niemand durch. Nein, Sir, könnt ihr eure verdammte Klappe halten? Konzentriert nicht aufs Fahren. Solange ihr mir die Tüten vom Hals haltet. Natürlich, die verdammte Kiste nicht so schaukeln würdet. Willst du vielleicht fahren, Arschloch? Ihr beide. Nur jetzt. Konzentriert euch. Okay. Hab ich nicht noch eine Granate? Oh, oh, die geht falsch. Okay, der ist erledigt. Okay. Oh, ich bringe hier voll die ganzen Cops um. Das ist nicht gut. Okay. Noch irgendjemand? Da. Oh, keine Zivilisten. Bitte keine Zivilisten. Immer schön auf den Fahrer. Immer schön auf den Fahrer. Versuchen zu treffen. Wunderbar. Okay. Oh, da ist noch eins. Okay. Dann gib Gas. Sind wir sie jetzt los? Haben wir sie abgehemmt? Nein. Was machst du denn? Hilf mir, gefälligst! Ich kann nicht. Was? Einmal kannst du keine Cops mehr töten? Ich kann nicht. Was? Was war da drin los? Das reißt du nicht mehr? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Warum muss ich immer alles vermasseln? Ich hoffe, ich weiß nicht, wie viel ich davon habe. Wie viel habe ich getötet? Das willst du gar nicht wissen. Verdammt. Ich habe manchmal Aussetzer, dann werde ich irgendwie gewalttätig und mache schreckliche Dinge. Ich dachte, ich hätte es unter Kontrolle. Ich kann es, ich kann es. Okay. Ich brauche jetzt nur meine Pillen. Das sind gar keine Magentabletten, oder? Nein. Sind es wohl nicht. Oh Mann. Okay. Mit den Granaten. Wir haben noch fünf Stück, aber das läuft super. Wo sind wir jetzt? Das ist so ruhig. Wo? Okay. Ich mache es nochmal so. Okay. Verdammt. Das hat nicht funktioniert. Okay. Okay. Ähm. Äh, äh, äh. Ah, verdammt. Scheiße. Scheiße. Ich bin hier nicht ins Auto gelaufen. Scheiße. Der hat ihn geklaut. Okay. Wir müssen gleich hier rum. Okay, wir sollten die Sache hinter uns bringen. Ich will hier raus. Und, äh, Deckung. Es tut mir leid. Ich habe diese ganzen Tastenkombinationen. Die habe ich noch nicht drauf. Okay. Alter. Okay. Was zum Teufel ist passiert? Ich habe keine Ahnung. Pass auf, wir machen das mal so. Ich hoffe, das funktioniert. Oh nein. Oh, ich habe fast den Typen da getötet. Okay. Okay. Was zum Teufel hast du getan? Scharfschützen. Scharfschützen. Mist. Scharfschützen. Okay. Wie, wie kriege ich den Scharfschützen da weg? Oh, das war nicht gut. Das war nicht gut. Es tut mir leid. Okay. Weg, 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 weg. Du brauchst mehr, kein Problem. Nein, 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 nein. Nein. Hast du Munition? Danke. Danke, 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 danke. Vorsicht, Vorsicht. Ah, verdammt. Entschuldigung. Scheiße, scheiße. Ihr wisst gerade, ihr geklaut. Dieser blöde Scharfschütze. Dieser blöde Scharfschütze. Was kann ich denn da für eine Waffe nehmen? Geh mal gleich in Deckung. Bitte. Was für eine Waffe kann ich denn da nehmen? Ach, verdammt. Ach, verdammt. Nein. Der geht mir auf den Nerv. Der geht mir so furchtbar auf den Nerv. Komm ich da anderweitig ran? Oh, shit. Oh, shit. Das ist, glaube ich, nicht besser, ne? Ich weiß. Oh, verdammt. Okay. Schrot, glaube ich, nehme ich nicht. Mist. Ich renne jetzt hier mal durch. Ich renne hier durch und versuche hier in Deckung zu gehen. Die schießen nicht auf mich. So. Lasst ihr mich mal hier durch, bitte? Ups. Wo ist der Scharfschütze? Okay. Entdeckung. Warte. Warte. Weg, weg, weg. Irgendeiner schießt hier auf mich. Okay. Okay. Warte. Lass mich einmal hier nochmal nach Munition oder sowas gucken. Vorsicht. Okay. Zurück in den Van. Ja. Ich bin drin. Ich bin drin. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Dieser blöde Scharfschütze. Zehn, zehn Granaten haben wir. Okay. Okay. Ich geh mal von aus, da kommen gleich wieder Cops. Nein. Okay, 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 okay. Was, was? Scheiße. Da. Das werden ja immer mehr. Nach dem, was du getan hast, wundert dich das? Ach, leck mich. Als wärst du ein verdammter Heiliger. Komm, 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 komm. Okay. Oh. Haltet euch lieber fest. Die Straße ist gesperrt. Wir fahren zur Kreuzung zurück. Okay. Mist. Okay. 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 Das war ich nicht. Damit habe ich nichts zu tun. Oh, shit. Oh, shit. Kriegen wir das blöde Ding wieder zum Laufen? Wenn nicht, sind wir erledigt, Leute. Aber gib mir Deckung. Ich glaube nicht, dass die Christi hier noch viel mehr aushalten wird. Was ist passiert? Du warst K.O. Hoch mit dir. Sie kommen in unsere Richtung. Okay. Sie kommen in unsere Richtung. Okay. Sollen sie. Ich bin bereit. Nur die Frage ist da vorne. Warum hast du mir nichts von deinem Problem gesagt? Ich dachte, ich hätte es unter Kontrolle. Oh. Aber ich habe kaum noch wenig verstanden. Okay. Kommen die jetzt von hinten? Oh nein, nicht von wieder. Okay. Von wo kommen die? Okay, da hochkomme ich nicht. Okay. Ihr seid da drüben. Kann losgehen! Ich hasse es, wenn das passiert. Was ist los? Ah, scheiße! Die Kunkung blockiert! Schützt ihr den Wehr nicht! Ich versuche sie zu reparieren! Verdammte Sportkiste! Hierher gehen! Okay. Oh, shit. Oh, shit. Halt! Halt, 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 halt. Weiter. Er ist tot! Alter! Wer ist tot? Was geht hier ab? Ich habe keine Deckung. Scheiße! Der überfährt mich. Du hast uns verraten, okay. Du hast uns zurückgelassen und die Beute geklaut. Der hat mich überfahren! Ich möchte eine Anzeige aufgeben. Ich habe keine Ahnung, wo die Tasche ist. Oh, ich bin tot. Okay. Also, von da oben kommen welche und ich gehe nicht nach vorne. Da ist die Tasche. Kann ich die Tasche nehmen? Ist das die Tasche? Nein, das ist nicht die Tasche. Okay. Okay. Das Problem haben wir. Weiter geht's. Weiter geht's. Kriegst du das Problem hin? Fahrer? Okay. Und was jetzt? Ich, ich habe... Ich werde doch hier wieder erschossen. Kann losgehen. Dann hört das endlich auf. Ich kann so nicht mehr weitermachen. Hey! Was ist los? Ah, scheiße! Die Kupplung blockiert. Schütze die LR nicht. Ich versuche sie zu reparieren. Verdammte Schrottkiste. Wir geben dir Deckung. Okay. Wir geben dir Deckung. Okay. Wir geben dir Deckung. Okay. Ich habe sie beim Crash verloren. Wir müssen sie holen. Okay. Was heißt sie beim Crash verloren? Au, 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 au. Ähm. Und zwar da drüben. Okay, ich hole sie. Ich brauche Feuerschutz! Okay, ich hole sie. Ich hole sie. Da ist sie. Aua, au, shit. Shit. Weg, 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 weg. Okay. Okay. So. Scheiße, ich versuche es. In Deckung. Ich brauche Feuerschutz! Ich bin da. Okay. Okay, 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 okay. Ja, bitte. Warte, 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 warte. Danke. Oh, shit. Oh, shit. Okay. Okay. Ich verwechsel immer rennen und schießen. Äh, rennen und ducken. Wo ist hier noch einer? Wo ist hier noch einer? Alles gut? Okay. Das sind sie. Wir sind wieder im Spiel. Steigt ein. Okay. Wir sind wieder im Spiel. Ähm. Ich komme. Alles klar. Okay. Das ist ein wenig komplizierter. Geschütztes Auto. Was ist mit dem Tresorknacker? Dem Typen ist der auch drin? Wie jetzt? Du wirst einfach ab und zu gewalttätig? Die Sache ist ein bisschen komplizierter. Ach, was? Ich habe Blackout, verliere die Kontrolle. Ich weiß nicht. Manchmal macht es einfach Klick. Heilige Scheiße. Was regst du dich auf? Wir haben, was der Seven wollte. Bringen wir ihnen das Zeug. Es war nicht alles da. Willst du mich verarschen? Kara, wir müssen von der Straße runter. Ich versuch's. Scheiße, warum haben wir denn nicht alles? Das wird der Seven nicht gefallen. Sag ihnen, ich besorge ihr Zeug. Ich werde den letzten Koffer besorgen. Hier. Ach, verdammt. Hier. So. Ja, okay. Das hat schon mal geklappt. Da vorne ist die U-Bahn-Station. Dann fahr rein. Festhalten. Ich wollte nach dem Heli gucken. Festhalten. Das kriege ich hin. Oh, 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 oh. Okay, okay. Geh zum Bahnsteig. Das ist mit den anderen. Wir können nichts für sie tun. Okay, wir gehen zum Bahnsteig. Kommt ihr? Kommt ihr? Runter auf die Gleise. Ich bin dabei. Okay. 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 Achtung. Okay. Achtung. Hinter uns. Ich muss in Deckung. Warte, ich muss nachladen. Du musst hinter mir, ne? Gut. Ah, nein, nicht. Alter. Ich hab genug. Hab sie. Achtung. Wurde aber auch Zeit. Wurde aber auch Zeit. Genau, das denke ich auch. Oh, fuck. Los, rein. Rein, 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 rein. Okay, 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 okay. Okay, wir sind drin. Wir holen ab. Tschüss. 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 Es geht nach Tokio. Es geht nach Tokio. Wir hätten erst ins Hotel gehen sollen. Zwölf Stunden in einem Flieger, mein Nacken bringt mich um. Schluss mit dem Gejammer. Wir haben noch eine lange Nacht vor uns. Gejammer? Ich jammere nicht. Ich werde nur nicht gern ignoriert. Sagst du mir wenigstens, warum du glaubst, dass sie den Koffer besorgen kann? Oder weißt du es nicht? Tu, was ich dir sage, und alles wird gut. Ganz ruhig. Hey, das war verdammt nochmal keine Antwort auf meine Frage. Ganz ruhig, ich bin sauber. Okay, geh in Jokos Büro. Jokos Büro ist da drüben. Okay. Okay. Das sind sie! Wer? Wenn du das sagst, dann... Ich hasse den Laden jetzt schon an diese reichen, verwöhnten gehören. Ihr Büro ist im Hinterzimmer. Fall einfach nicht auf. Fall einfach nicht auf. Solltest du mich bemerken, werden wir nie an sie rankommen. Sie darf die nicht mal sehen? Na, das ist ja großartig. Ah, Lynch, das haben wir doch schon hundertmal durchgekaut. Halt dich an den Waden. Einfach nicht auffallen. Wir gehen hier durch die Menge. Da drüben. Okay. Wir gehen hier durch die Menge. Ja. Ja. Okay. Okay. Wir fallen nicht auf. Wir fallen nicht auf. Dum 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 dum. Dum 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 dum. Ich glaube nicht, dass jemand das gesehen hat. Oh. 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 Ich treue dich um. Oh. Oh.